Ich will ehrlich werden. Ja, ich hab diese Wecken als Schokolade mit Spekulatius-Geschmack probiert. Mein Kollege Werner Momsen hab ich das nicht vertellt. Der kriegt nämlich sofort Schum vom Mund. Ja, nieg das nur, es ruht. Und das letzte Wort hat Werner Momsen. Moin. Ja, nur ist so weit. Söns von uns'n schönen Sommer hättet sich nicht abhohnlohnen. Weihnachtszeit vor der Dörr. Und in Supermarkt ist halt Binnenwehen, oder? Also, ich mein, ist nicht Schiss Weihnachten wäden. Hätt wie nicht Schiss über die Fürsätze von 2008 ein schnackt, aber nur ist so Tor. Offiziell gartet ja erst mit den Kranz und die vier Kerzen los. Inoffiziell afer früher. Ne, glüff den Klöben mokt zu all Ostern. Naja, und die Kekse sind noch die Sommerferien in Supermarkt bin. Jetzt hättet wir doch überall, die kommt auch jede Dörr früher. Ne, kommt die nicht. Die kommt jede Dörr gliegsfroh. Das Problem ist, Mann, wie wat jede Dörr öller. Und deswegen kommt uns das früher für. Ne, wenn die Lebenszeit, die die verbrugt hätt, a länger ist, als die, die noch kommen deit, dann komm die Ereignisse immer fukken, ne. Und du hättest das Gefühl, ständig ist Weihnachten. Ne, das Leben ist leider bloß noch auf einen gewissen Öller. Und dann bomrut und dann bomrin. Komischerwiese, pingsten ist nicht so fukken. Ist ja doch mal abholen. Das ist so ein Phänomen, ne. Ne, aber das licht nur an, weil man pingsten nix mucken kann und nix kippen kann. Aber dat kriegt die von der Industrie auch noch hin. Jo, irgendwann gibt dat Helikenschenlampen für die Finster, pingst Ochsen für den Gorn und die Kinder rennt in die Pfutgängerzonen, um sich den Heiligen Geist in Schokoform abzuholen. Ne, denn weht all dat pingsten isst, worum wir dat vier, das wünschen muss man so nicht. Weil dat ist so ein Phänomen, dat weht die meisten nicht. Ne, als die Pfingst Montag, als ihr da überschnackt habt, dass ihr den vielleicht als Vierdach abschaffen könnt, ne, da ging raun der Gesellschaft. Jo, genauso mit den Keks auch. Ne, wenn ich jetzt go, oh, so froh, so froh. Aber kippen tust du die doch. Aber man moet auch segen, jetz schmeckt die ook am besten, oder? Die Dominostede, die mach ich so gerne. Ik zutzel immer dat Gelee as Eserrut und scho me die Schokolade für acht ran. Ik wil bloß nicht hochkant oder quer, dat is auch gar nicht so einfach, ne. Wisst ihr wat? Ho, ho, frohe Weihnachten. Jo, wein am Momsen. Ach, dat Weihnachten is to'n Glück noch ein Bett. Ich brauch dir ein Bett zu unterbrochen. Wie konnte es ihmわか 했��. Ich würde mich noch nicht behoffer. Ja, mach ich fille.